Scheiße, der Bus ist da, ich muss laufen! So, ihr verkackten Hühnerficker, ich erzähle jetzt mal einen Witz und ihr lacht gefährlich, ansonsten töte ich euch alle. Treffen sich zwei Jäger, beide tot. Ihr sagt Mittler rausgesagt! Kühnchen mit Reis, Kühnchen mit Kreis! Ibi-Igel, Ibi-Jacke, Köpi! Katzenfleisch. Jetzt hab ich's noch. Ich bin völlig, ich guck da völlig deppert drauf, irgendwie wie so ein Wasareli-Bild. Es ist ein rotes S auf gelbem Grund, sie haben recht, ja? Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist ihr Olli auf einem Kind. Hey-Ihr sagt beide gleich hässlich, obwohl ich euch nicht sehen kann. Der Da ist eine Spielliste Dramatisch Sefaggioni! AHHHHHHHHH!!! Ich weiß nicht... AHHHHHHHHHHHHH!!!! Yo Leute! Was geht Rap? Ich will fliegen. Huhuhuuu! Erstmal sagst du mal Hallo zu meiner Kumpel hier. Oh meine Brille rot. Oh ja, okay, jetzt ist Ubi. Ich bin der schnellste Rapper von Deutschland. Weißt du nicht? Kumpel, hör mal zu wie schnell ich rappe. USUGUDU GUDU gouroub어�aki Ahs hahaha, dumadet versteh mich Romanian.. Gug mal meiner ohr bling 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 Ich schlag auf den Aachpott Und wenn jemand passt muss uns.... Ich schlag auf deine Kopf ASY pot